hallo zusammen hier ist mal wieder jörg fuhrmann mit einem neuen sehr umfangreichen erklärvideo zu einem spannenden thema was ich auch im livestream schon angekündigt habe und im newsletter letztens und aufgrund der großen nachfrage habe ich mir gedacht ich mache ein video dazu und auch noch mal ein artikel ja ich bin ja auch lange selber auf dem weg der heilung unterwegs auch für mich selbst und bin durch den professor spitz der auch hier war noch mal auf das thema omega gestoßen und bin dann auf einer medizin journalistin getroffen die ich schon lange kenne mit der ich vernetzt bin die auch früher auch mit dietrich klingenhardt zusammen sachen gemacht hat und die hat mich dann auf das thema gebracht und es ist so dass wir für die volle funktionsweise unseres nervensystems und gehirns womit ich ja in der praxis täglich im grunde arbeite einen entsprechenden indexwert brauchen bezüglich des omega 3 omega 6 verhältnisses und darum geht es jetzt hier in diesem video dabei wünsche ich euch einfach viel spaß und freude und erkenntnis vor allen dingen was ist echt ein super wichtiges thema für alle möglichen bereiche vielleicht sogar für die komplette existenz unserer spezies warum das so ist wirst du jetzt im video erfahren auch was es mit vagus zu tun hat und das ist echt ein spannendes thema was meines erachtens nach ja eigentlich in jede therapeutische praxis gehört wer da infos zu haben möchte kann mich auch gerne als therapeut kontaktieren gebe ich das auch gerne weiter gut also erstmal eine medizinische fallberatung ist das hier nicht das ganze die ganzen tests erfolgen auch immer eine selbstanalyse die leute von zu hause aus machen können und wichtig ist nochmal der hinweis wenn man was supplementiert im bereich omega sollte man gerade im bereich der chemotherapien oder wenn man hemophilie hat als also bluter ist dass man damit seinem arzt spricht weil das entsprechend dann eine auswirkung haben könnte ferner sollte man darauf achten dass die öle die man konsumiert eben mit vitamin e als antioxidant eben haltbar gemacht sind entsprechend und das ja dass es keine ethylester produkte sind oder produkte die nicht mehr in der triglycerid form vorliegen sondern oder nachträglich wieder dran moduliert wurden sondern dass man ein nach möglichkeit ein vollspektrum öl benutzt schopenhauer hat gesagt ja mehrere schlaue sachen schon in seiner frühphase zur gesundheit unter anderem eben dass gesundheit mit das essentiellste im leben ist weil alles andere ohne gesundheit eben nicht sei und das kennt bestimmt jeder ganz essentiell und entscheidend für gesundheit ist der besagte indexwert und das verhältnis ja der omega fette in unserem organismus und das ist einfach mal eine schematische darstellung die ich so gemacht habe und da ist es eben so dass die wro empfiehlt von einem oder deutsche gesellschaft für ernährung auch von einem fall dessen fünf zu eins das ist so gerade oberhalb der kante von der wasseroberfläche und darunter geht es eigentlich schon in einen schwierigeren bereich wo sich meistens menschen die stark sport machen die stark belastet sind ja die vielleicht auch schon etwas älter sind oder auch eben kinder und jugendliche aufgrund der ernährungsweise weil die einfach unheimlich viel brauchen würden eigentlich und dies aber nicht bekommen oder natürlich die veganer und vegetarier die befinden sich meistens sehr weit abseits oder menschen die schon krank sind das kann man eben über einen einfachen selbsttest feststellen piekst man sich selber in den in den finger und drückt sich das blut raus und schickt das dann anonym ins labor und kann das hinterher dann online als ergebnis abrufen gröber ein apotheker der auch ein paar spannende bücher geschrieben hat hat gesagt wie zu erwarten haben die meisten menschen an omega 3 index unterhalb des gesundheitlich optimalen bereichs von acht prozent das wird durch aktuelle untersuchung der ludwig maximilian universität bestätigt in deutschland beträgt der omega 3 index nur 5,5 prozent was auf eine bevölkerungsweite mangelernährung hinweist und ja das sieht man hier jetzt also das ergebnis ist ja unterdurchschnittlich gut hätte ich beinahe gesagt ja also schlecht in dem fall wir wären gut hier vorne wo der cursor von dem screenshot wäre da wären wir ziemlich gut aufgestellt nämlich wie die japaner die sind so hier in diesem bereich in der regel so bei elf häufig wenn die sich noch traditionell ernähren mit viel omega dreihaltigem fetten fisch plus eben halt natto kinase und das ist bei uns ja deutlich anders der test ist eben standardisiertes messverfahren der die konzentration von epa und dh in den membranen der roten blutkörbchen im prozent wieder gibt und man kann hier sagen je höher desto besser also die frage ist wo will man sein wo willst du sein wie gesagt die meisten sind eher im gelben oder roten oder dunkel roten bereich was schon gar nicht mehr angezeigt wird das ist dann eben langfristig ungünstig weil die erzündungsmarker dann hochgehen und man weiß auch in der fachwelt ist es auch klar dass das mit einem erhöhten risiko von herzinfarkt einhergeht und das ist auch mit langlebigkeit korreliert und obwohl man das weiß und auch in den usa wird das sehr viel gemessen sterben dort jährlich alleine 55.000 menschen auch ein herzinfarkt und einem mangel in diesem bereich genau und das geht auch einher mit der kognitiven leistungsfähigkeit und so weiter so grundsätzlich wäre es wie gesagt so dass das yin und yang quasi das sind ja gegenspieler könnte man sagen diese fettsäuren dass die wirklich im balance wären es ist nur heute eben so dass wir 20 mal zu viel im schnitt von omega 6 fetten zu uns nehmen und viel zu wenig von eben omega 3 fetten das zeigt sich dann auch im test wiederum in dem verhältnis zueinander mal zwei beispiele links eine junge dame rechts unten eine 54 jährige frau die schon länger supplementiert und auf einem guten ergebnis ist die junge dame in dem katastrophalen bereich ist aber es gibt auch deutlich schlechtere wert ich hatte vorher einen mit 80 zu 1 da ist nach unten hin ist da immer noch luft spannend ist auch hier wieder dass die ärzte mediziner das gar nicht kennen da dr uhrich strunz auch darauf hingewiesen am anfang seines buches und viele andere ärzte die bücher darüber geschrieben haben auch das ist der schmiedl hat das auch geschrieben dass wenn man sein buch gelesen hätte wüsste man wahrscheinlich mehr als die meisten ärzte über das thema und ja ich kenne auch kaum jemanden der irgendwie mit dem herz probleme hat sie jetzt auch irgendwie familiär oder so wo dann so ein test gemacht worden wäre das ist meistens eher nicht der fall und das ist wederum fatal ja also wirklich fatal auch fürs fürs nervensystem und für andere themen mittlerweile gibt sehr viele studien dazu da komme ich nachher noch mal zu das sind so die bereiche wo das quasi einen ausschlag geben kann oder ganz entscheidend sein kann und ja da sehen wir eigentlich schon so diese ganze bandbreite und das ist eben nicht nur körperlich sondern eben auch psychisch und wir haben ja gerade auch heute gerade bei der jugend immer mehr phänomene von zb adhs adhs autismus er ist ja schon fast eine epidemie geworden jetzt und nimmt immer mehr zu das hängt natürlich auch mit anderen faktoren wie schwer metall und hochfrequenz zusammen aber das hat auch ganz wesentlich hiermit was zu tun genau dann diese ganzen chronischen entzündungserkrankungen dass ja die die das ist ja auch schon fast epidemisch in unserer gesellschaft mir selber hat das eben in sehr kurzer zeit bei migräne geholfen hatte ich auch schon in dem video letztens gesagt und ja wir wissen heute eben auch dass es eine prävention ist bei alzheimer demenz parkinson da nicht dran zu erkranken wenn man frühzeitig auch damit anfängt das zu supplementieren ist das das risiko deutlich gesenkt ja deutlich gesenkt laut studienergebnissen also ein kleiner sprung wenn man jetzt hier am bodensee guckt die pfahlbauten im museum sich anschaut bin ich mal vor paar jahren drin gewesen unsere vorfahren ja man sagte man sich jäger und sammler eigentlich wäre gut von fischern und sammler zu sprechen weil laut anthropologen und verschiedenen anderen leuten hat also unser frontalien richtigen schub gemacht als wir angefangen haben verstärkt eben diese maritimen fettsäuren zu konsumieren und das hat einfach ja das hat sich einfach so durchgezogen unser organismus hat es dann im grunde nicht nötig gehabt weil er ständig diese fetten wildfische auf dem teller hatte omega 3 entsprechend selber zu herzustellen und hat das von außen täglich bekommen und ja deswegen spricht man heute von mindestens zwei fetten wildfischmahlzeiten pro woche und jetzt mal hand aufs herz ganz ehrlich das ist so wie bei den fünf bis sieben obstmahlzeiten und gemüsemahlzeiten am tag das gibt es ja auch die nationalen verzehrstudien in deutschland wo wo eigentlich auch relativ klar geworden ist schon vor 15 jahren dass das da auch in deutschland diesbezüglich vitamine und so weiter mangel besteht und was was dieses thema jetzt hier angeht besteht auf jeden fall ein mangel das zeige ich auch gleich noch mal häufig wird von journalisten dann immer das so lax gesagt sie müssten ja einfach nur das minimum und so dann geht das schon gut da hat strunz ja auch zugesagt journalisten verstehen auch nie dass sich eine minimale zufuhr von einer optimalen zufuhr zur vorbeugung von erkrankungen unterscheidet eigentlich eine ganz logische banale sache warum journalisten das nicht verstehen das kann sich jeder selber überlegen und ja also es hat sich einfach wirklich extrem verändert oder verschlechtert wir hatten also ursprünglich ein evolutionäres verhältnis von eins zu eins und wir sind also wir haben also immens abgebaut ja und zwar in relativ kurzer zeit in relativ kurzer zeit und da muss man einfach ganz klar sagen spielt brainwash und kollektive trance oder hypnose und eben dann daraus resultierend auch das unhinterfragte übernehmen von entsprechend aufoktroyierten meinungen und kampagnen eine ganz wesentliche rolle habe ich auch einige videos ja hier gemacht zu massenpsychologie und so könnt ihr euch ja mal anschauen so und ja und das wird dann eben transgenerativ weitergegeben ja und dann kommt man eben in so kulturelle degenerationsprozesse rein die nachher nur noch ganz schwer umkehrbar sind das sieht man zum beispiel jetzt auch hier an den einnahmen mengen und da ist deutschland ganz klar auch schweiz kurz darüber als mangelgebiet gekennzeichnet und wenn wir dahin wollen wo die japaner sind dann müssen wir noch ein bisschen was obendrauf legen oder die isländer ja genau das ist wahrscheinlich die wirkliche globale epidemie könnte man sagen also wir leiden an einer globalen dh unterversorgung die ist mit konventionellen erlebungsstrategien einfach nicht mehr zu lösen und das hat alles einen wesentlichen einfluss auf unser denken fühlen handeln interagieren und auch unsere empathie und das ist wohl ganz ganz entscheidend und elementar fürs überleben auch nicht nur jedes einzelnen verbandes und landes und sondern der gesamten menschheit und es ist ein ganz wesentlicher faktor für den ventrovagalen tonus weil das ungleichgewicht also richtung omega 6 führt eher einen sympathikotonen bereich und das ist ziemlich ja wie wir alle wissen aus der traumaforschung ziemlich ungünstig deswegen auch ja die erhöhten entzündungsprozesse dann ein ernährungsbedingter mangel an aquatischen omega 3 fettsäuren vermindert die synaptische plastizität oder neuronale lernfähigkeit in der kindheit aber auch beim erwachsenen während folgedessen sein geistiges potenzial nicht voll entfalten und nutzen kann läuft gefahr zeitlebens beruflich finanziell und gesellschaftlich benachteiligt zu sein das ist nicht verwunderlich denn die entwicklung der rationalen insbesondere der sozialen und emotionalen intelligenz hat tiefgreifende auswirkungen auf bildung beruf produktivität und persönlichen fortschritt und damit auf den sozioökonomischen status innerhalb der gesellschaft das ist eine hammer aussage die trifft auch auf eben trauma zu wie ich vorhin schon gesagt habe weil viele traumamensch also traumatisierte menschen haben daher die gleichen probleme sie bräuchten eigentlich therapie kriegen keine auf kasse ganz schwierig weil da sind auch wenig leute spezialisiert auf diese themen und privat können sie es meistens nicht zahlen weil ja weil die ökonomische situation dann nicht passt das hängt auch alles damit zusammen ich hatte das auch vorhin noch schon aufgezeigt dass zum beispiel traumasympome ptbs symptome und so weiter wesentlich schlechter bearbeitet werden können oder aufgelöst werden können wenn der spiegel hier nicht passt gut man hat uns jetzt jahrzehntelang eingetrichtert dass fette böse sind und schlechtes schlecht sind und das ist definitiv auch eine propagandaaktion gewesen es gibt sehr viele vorteile gesundheitliche vorteile von gesunden fetten das geht vom von der isolierung von kälte sprich auch beim kältetraining habe ich auch ein artikel zugemacht und videos dann bilden wir auch braunes fett das zum beispiel wiederum sehr gesund ist was die inuit auch haben die ja auch eine entsprechend aquatisch fettreiche ernährung haben das sind also die schutzpolster könnte man auch sagen die dieses fett aufbaut dann ja könnte man sagen es ist so eine art frostschutzmittel und antihaft beschichtung für lebewesen wo einfach dann die ganze fließfähigkeit erhöht wird die membranen der zellen werden besser versorgt werden transport aktiver gemacht das fließt alles besser auch die leitfähigkeit der nerven und gehirn gehirn membranen erhöht sich ja also die elektrische leitfähigkeit die ist ganz entscheidend man spricht auch von einer p 300 wellenlänge das kann man messen und wir haben also eine speicherung von energie dadurch werden auch fettlösliche vitamine überhaupt erstmal bereitgestellt und es ist eine vorstufe von hormonähnlichen reglersubstanzen und ja also das sättigungsgefühl verändert sich und mineralien im darm werden besser aufgenommen und auch das kalzium im skelett kann vernünftig aufgenommen werden da gibt es eine wechselwirkung mit dem k2 wenn das vor allem mk7 k2 ist zusammen wirkt das eben dann und holt das kalzium was sich auch in den arterien ablagert das können dann im alter von über 60 teilweise über 6 kilo sein im körper was hinterher zu arterien brüchen führen kann und alles möglichen ja kann das eben bewerkstelligt werden das dauert allerdings länger dass mit dem mk7 das dauert so zwei drei jahre bis das dann das kalzium aus den arterien rausgeholt wird ja und dann kann das eben in den knochen eingebaut werden wo das dann hin soll ja was auch ganz wichtig ist auch wieder für die psyche ist der aufbau guter darmbakterien und des mikrobioms und das wirkt er wiederum dann über den vagus und wenn da im enterischen hirn die ganze zeit im bauch hirn die ganze zeit inflammationsmeldungen sind ja das kriegt der vagus dann mit und das informiert er nach oben alle organe bis zum gehirn rauf das ist also auch sehr sehr ungünstig und deswegen ist dieser mikrobiom aufbau weiß man heute auch bei der psyche ganz entscheidend ja ja ferner werden in die wird die telomere verkürzung gestoppt das heißt also man altert ja einfach langsamer und die serotonin produktion wird angeregt das heißt man fühlt sich einfach besser glücklicher zufriedener und es geht einem besser ja zu den omega 3 fett säuren das wird häufig auch durcheinander geworfen sogar vom von stiftung warntest habe ich den eindruck also wir haben alpha dinoleensäure die ala die ist eben ausschließlich fast ausschließlich in pflanzen enthalten und ja es ist eben so dass da die suggestion auch gerne erfolgt wir müssen nur leinöl da gehe ich gleich noch mal drauf ein nehmen dann ist alles gut es ist aber so dass der körper das epa aus der linoleensäure nur sehr begrenzt herstellen kann also die werte variieren manche sprechen von niedrigsten werden von 0,3 prozent studien andere von 7 prozent und irgendwie was dazwischen das heißt also das ist zumindest zu einem kleinen bruchteil noch herstellbar und das dh ist aber schon sehr verschwindend gering von von der messbarkeit her das reicht also bei weitem nicht aus um das überpflanzliche wege zu zu bewerkstelligen dass wir da also epa und dh in ausreichenden mengen bekommen würden die sind also vor allen dingen aquatischer natur essentielle mehrfach umgesetzt die fettsäuren die eben dann in den membranen vor allen dingen der körperzellen vorkommen also und dann auch das dh in den nervenzellen des gehirns der netzhaut und ja überhaupt der gesamten des gesamten nervensystems aber auch ganz entscheidend für eben die emotionen wie ich gerade schon sagte minderung von ängsten depressionssymptomen von schizophenie borderline störungen bipolare störungen man hat auch herausgefunden dass bei epilepsie hilft also die die anfälle zu reduzieren und sehr viele andere aspekte außerdem verbessert sich die spermien qualität hat man ja auch vor letztes jahr eine studie gemacht in der schweiz dass sich die qualität hier der spermien massivst reduziert hat wo dran das wohl liegen mag kann man jetzt mal fragen genau so und ja genau was auch noch spannend ist wenn man einen dh überschuss im körper hat kann der körper das epa wiederum auch selber herstellen aber dh ist ganz schwierig und das liegt wahrscheinlich wie ich gerade schon sagte damit zusammen dass das immer ausreichend verfügbar war früher und dafür brauchen wir eben diese maritimen fettsäuren also sie sind absolut wichtig essentiell für uns und da wird auch nicht wirklich ein langzeitspeicher angelegt das verbraucht sich und hängt wahrscheinlich auch wieder damit zusammen dass wir eben durchweg gut versorgt gewesen sind man kann sich auch mal kurz noch merken dass das gehirn ja zu 60 prozent aus fett besteht und davon sind eben 40 prozent dh ja also und der kasten da oben braucht eben dann wiederum auch einen ganzen teil unserer energie also minimum 20 prozent schmiedel sagt diejenigen organismen die in ihren nervenzellen einen hohen anteil an omega 3 fettsäuren aufweisen haben sich im haufe von hunderten millionen jahren im biologischen evolutionsprozess im david'schen sinne als die fittesten erwiesen genau und das scheint jetzt rückgängig zurückläufig zu sein ja also der durchschnitts iq scheint auch wieder zu fallen oder abzunehmen wenn man so sich den allgemeinen sprachgebrauch anguckt hat das natürlich verschiedenste gründe hat mit sicherheit auch mit den mobilen medien zu tun die wir so nutzen und alles mögliche was man sonst noch so konsumiert diesbezüglich aber auch mit trans fetten denke ich hat mit verschiedensten dingen zu tun aber eben auch hier mit dieser versorgung ist es ganz entscheidend entscheidend und ja das hirn oder der organismus kann eben selbst entscheiden wenn ein ausreichender dh spiegel da ist ja wo er das dann hinpacken möchte also wo es gebraucht wird und ja im laufe der ersten lebensjahre ist der a ganz entscheidend dominierende essentielle fettsäure im menschlichen frontal hirn und ist ganz wesentlich für die entwicklung des frontal hirns und wie wir wissen ist das unsere könnte man sagen unsere exekutiv funktion die wir im grunde ja brauchen um menschlich zu sein hätte ich beinahe gesagt und wir sind also durch dieses frontal hirn sind wir überhaupt zu dem geworden was wir heute sind das heißt wir sind dazu in der lage unsere prioritäten festzusetzen wir sind zu planen in der lage also taktisch zu planen ziele zu setzen wir sind ja wir sind wirklich in der lage zielorientiert zu arbeiten handlungsabläufe zu machen und haben dort auch unser kurzzeitgedächtnis und das arbeitsgedächtnis und das ist auch wiederum der ganze bereich des frontal hins ist für die bewusste steuerung unserer aufmerksamkeit sowie die motorischen aktivitäten bei der umsetzung von geplanten handlungen dafür ist es eben ganz wichtig auch meditation achtsamkeit wird diesbezüglich ja auch trainiert und dann wenn wir die die folgen dessen was wir tun wenn wir das bewerten wollen während wir es tun und dann in der rückschau und die vorgehensweisen dann entsprechend zu verändern brauchen wir das wiederum auch ja dann eben ganz wichtig ist es also auch für die emotionalen und soziale kompetenz und wenn das also nicht mehr richtig funktioniert haben unsere impulskontrolle einfach nicht mehr so richtig im griff ja und dann die die sprachentwicklung es hängt ja alles an diesem auch frontalen cortex wie das quasi da wie die synapsen da feuern ja das ist also ganz ganz wesentlich und dafür brauchen wir dieses fett ja also das fett das omega 3 fett mühelinisiert eben die nerven und das ist ja auch der ventrale vagus ast also der jüngste das ist der mühelinisierte ast der ist entscheidend für unser gefühl von sicherheit von zugewandtheit für unser wohlbefinden also mühelinisierung das ist quasi so eine isolierung kann man sagen wie bei kabeln ja also wenn ich kabel isoliere ja das so ähnlich mit den hirnleitbahnen also und da ist einfach wichtig zu wissen dass mühelin ist eben großteil besteht es aus dha so und dass das das gewährleistet eben entsprechende datenübertragung sicher und schnell wie bei so einem glasfaserkabel ja und das hat eben zur folge dass der iq dann höher ist und dass die soziale und emotionale intelligenz und kompetenz besser ist und deswegen hat das ganz viel mit uns als kollektiv und der menschheit an sich zu tun ja also wir das menschliche nervensystem und hirn braucht das am besten täglich eine externe zufuhr und ja das hat nebenbei halt noch einen schönen anti aging effekt das ist ganz nett aber es geht wirklich vor allen dingen um die funktionsweise des nervensystems und überhaupt wie das gehirn ausbilden kann und das beginnt bereits im mutterbauch ja das ist ja ganz wichtig und wenn das eben nicht der fall ist fängt das gehirn auch letztendlich an zu schrumpfen also wir wissen ja heute dass im hohen alter das hirn sich eben noch verändern und anpassen kann neues lernen kann früher dachte man ja das wäre anders das wäre einmal festgelegt dann passiert nichts mehr nein wir wissen ja es hat hüter und andere die haben es ja auch bekannt gemacht dass wir diese sogenannte adulte neurogenese haben und bis ins hohe alter das verändern können ja so und ja wenn wir also diesen index nicht haben diesen wert der test wenn der eben nicht im grünen bereich ist das ist ganz schwierig für das hirn und nervensystem überhaupt in die vagale regulation zu kommen da können die leute se namen und was der geier was machen und ssp und sonst was dann ist die basis nicht da es wie wenn du platten am auto hast oder am fahrrad und bis irgendwie am pumpen am pumpen ja und dann fährst du 500 meter ist die luft schon wieder raus ja und so ist das hier letztendlich auch genau und dann können eben die auch die körperfunktion nicht einwandfrei gesteuert werden dann kommt zur entzündung autoimmunerkrankungen und diese menschen erleiden zehn bis vierzig mal so häufig einen herzinfarkt und schlachanfall von denen bereits ein großteil tödlich verläuft und dann später eben wie gesagt die die alterserkrankungen ja dann schlafen wir schlechter sind nervöser stress ist einfach nicht mehr gut zu verkraften kinder gelten als ads kinder ja können sich nur schwer konzentrieren arbeiten fällt schwer lernen viel schwer und genau und veränderungen sind auch ganz schwierig dann ja so das problem ist dass wir was so als die große revolution beschrieben wird die landwirtschaft landwirtschaftliche revolution wurde dann ja auch die gras gerade die große mutter ins spiel kommt die große göttin die dann die in den acker und viehzucht kulturen ackerbau und viehzucht kulturen dann eben verehrt wurde vor allem vornehmlich natürlich vorher auch schon aber da dann eben noch mal kultisch ganz anders das ist eigentlich keine revolution sondern das ist eigentlich eine devolution oder eine degeneration das ist eigentlich ein verrat muss man sagen weil da war der schritt weg von den maritimen fetten und hin zu diesen pflanzlichen fetten vor allen dingen mais und sonnenblumen öl und so weiter das sieht natürlich alles schön aus auf den fotos ist es aber nicht also wir brauchen das auch gar keine frage also es ist wie gesagt an das bild mit jen und yang denken wir brauchen beides aber eben im ausgewogenen verhältnis und nicht 20 30 40 60 80 zu 1 wie gesagt viele meinen dann sie könnten mit ala durch leinöl machen ja wie gesagt auch omega 3 aber da fehlt dann eben epa und dha epa kann ich erinnere noch mal habe ich gerade schon gesagt zum kleinen teil hergestellt werden aus ala aber eben nicht das dha und das reicht bei weitem nicht aus für ein optimales wachstum versorgung vom gehirn und und ja oder um eben diese entzündlichen wirkungen von omega 6 im körper zu verringern ja und ich war ja auch lange 23 jahre vegetarier also von daher ich hatte ja diese entzündungsprozesse auch bis hinten gegen am laufen also ich weiß wovon ich rede leute das kann ich euch nur sagen ja also es gibt mittlerweile auch zig hells claims die man safe sagen kann ja also jetzt als firma die die firmen können das eben dann promoten und ja es gibt so gut wie kein nahrungsergänzungsmittel was wissenschaftlich so umfangreich untersucht werden worden wäre ich hätte beinahe gesagt danach kommt nur noch aspirin oder penicillin wer das mal genau untersuchen will kann auch mal bei pubmed einfach hingehen und eingeben alleine zu der wirkung von dha auf herz und stoffwechsel sind irgendwie 17.000 spuckt 17.000 arbeiten aus ich glaube wenn wenn man nur den begriff angeht wenn ich richtig liege waren es über 30.000 also immens immens also das ist sehr sehr viel was da kommt das sind positive effekte auf alle möglichen bereiche wie wir jetzt gerade schon stück weit alles auch beschrieben haben ja man kann es verstehen als eine primär prävention und sekundär prävention also bei menschen die einfach ja grundsätzlich was für sich tun wollen und natürlich auch bei risikogruppen auch eben sehr entscheidend und da gibt es eben dann auch eine ordentliche aktivierung im endokannabinoid system wir haben dann auch mütter bekommen dann auch intelligentere kinder und vor allen dingen kinder mit weniger risiken zum beispiel für diabetes und das weiß man heute auch oder alte kulturen wussten das schon immer anscheinend instinktiv wir entdecken es gerade wieder neu dass eben die geistige gesundheit eines kindes vom dha gehalt der mutter abhängig ist und der ist wiederum davon abhängig ob sie gut versorgt ist ja also das ist schon ganz ganz elementar und ja also das sind die ergebnisse die da kommen sind echt erschütternd ja also bei täglicher einnahme ja kann der nachwuchs führen nach der geburt kann konnte nachgewiesen werden einer studie dass vier prozent höhere geistige fitness da ist dann dass ich zweieinhalb jahre später nach der geburt war die auge hand koordination noch besser kopfumfang und mehr geburtsgewicht war vorhanden das geht in der regel einher mit einer besseren eq entwicklung auch elf jahre danach ja konnte man also eine direkte beziehung herstellen zwischen der zufuhr und somit eben der konzentration in der nabelschnur und der geistigen leistungsfähigkeit man spricht sogar von 0,8 bis 1,8 eq punkten zusätzlich programm dha täglich also beim kind das ist schon enorm also was sich die mutter dann zufügt täglich zusätzlich wenn es dann eben zum mangel kommt bei der mutter kommt sie eben auch zu einer eq einbuße beim nachwuchs oder anders gesagt wenn die mutter nicht für ihren dha haushalt sorgt wird ihr kind dümmer werden ganz einfach ja so und da sieht man auch bei pisa und das ist bis bis zum alter von 15 jahren immer noch nachweisbar gewesen und geht wahrscheinlich weiter bis ins erwachsene leben wie gesagt leinöl reicht hier nicht aus um den anstieg von dha in der muttermilch hinterher oder in der placenta um das zu bewerkstelligen leider ist es auch mit ein faktor für frühgeburten die durchschnittliche dauer der schwangerschaft hat sich jetzt allein in usa von 1992 bis 2002 und in dem schnitt in diesem kleinen fenster zehn jahre hat sich um eine woche im schnitt verkürzt und da ist eben der omega spiegel entscheidend weil zu viel omega 6 eben die botenstoffe aktiviert verstärkt aktiviert die für den geburtsprozess zuständig sind und dem eben beschleunigen und ja säuglinge die eben zu früh geboren sind leiden eben unter einem deutlichen dha mangel und je mehr die zu früh geboren sind desto schlimmer ist das eben und ja das könnte auch ein grund sein warum eben den traditionellen kulturen zum beispiel auch ein zusätzlicher grund natürlich nur ja die die kinder erst nach zwei jahren oder später abgestillt werden ja ja hippokrates der satz ist bekannt lasst die nahrungsmittel euer heimittel sein darüber haben wie gesagt zig mediziner auch geschrieben ich habe mir das ich habe mir die ganzen sachen da reingezogen kann ich nur sehr empfehlen sich davon mal ein buch zu holen so dann ist es so dass jetzt die menschen natürlich fragen wie kann ich was kann ich jetzt machen wenn wenn der index schlecht ist und es gibt leider nicht so viele optionen mehr weil die meere so belastet sind weil die die zucht ist kann die die zucht fische sind eine katastrophe die kippen zum teil glyphosat einfach ins wasser rein dass dann werden die viecher mit getreide futter gefüttert das ist also natürlich auch schwachsinn dass ich einem fisch jetzt omega sechshaltiges futter verpasse dann kann er die omega 3 fette gar nicht mehr so ausbauen logischerweise und dann sind noch natürlich pestizide schwermetallen mikroplastik parasiten und so weiter auf dem vormarsch und gerade die großen jagdfische wie thunfisch oder auch schwertfisch und so weiter die sind extremst belastete schwermetallen und all diesen dingen also das ist im grunde keine wirkliche option dann greifen ja viele auf kapseln zurück da weiß man eben heute das gab es auch untersuchungen auch weltweit dass diese fischöl kapseln eben extremst schlechtes öl häufig haben ich will das jetzt nicht sagen per se aber oftmals ist es so dass es eben schon ranzig ist weil das um halben von diesen schwimmenden fischfarmen um den halben globus geschifft wird und da teilweise monate und jahrelang manchmal sogar da rumliegt bis es dann verarbeitet wird und ganz viel wird ja auch in peru gefischt und dort herrscht dann auch wieder eine überfischung die anchovies und so die werden abgefischt und das fehlt natürlich alles in der nahrungskette dahinten dann wird das häufig in so einem hundertprozentigen ethylester verfahren gemacht und da ist dann am ende mehr epa drin als dha da sollte man also auch immer darauf achten dass bei einem guten öl ist der dha gehalt höher und infolgedessen wenn das nicht so ist ist die bio verfügbarkeit einfach im keller und man hat auch nicht das volle spektrum dazu kommt eben dass diese ranzigen öle ja dass da der totox wert total toxification wert ist das durch diese hohen oxidationswerte einfach extrem hoch ist und ja dann bekommt man halt eine richtige ladung freie radikale und man stößt dann eben auch hinterher ordentlich nach fisch auf ist wenn man so eine kapsel aufschneidet dann stinkt es auch teilweise ordentlich und die leute wenn sie auf eine kapsel gebissen haben kriegen sie die zum teil auch nie wieder runter vielen leuten ist aber auch danach schlecht wenn sie sowas nehmen und so ich habe das auch jahrelang versucht das ging für mich aber immer nicht also das war ganz schrecklich und das liegt meistens wirklich an diesen minderwertigen ölen die auch überhaupt nicht bio verfügbar sind das ist ja der große entscheidende punkt ob das was was ich mir dann zuführen ob das überhaupt da ankommt wo ich es brauche ja also wirkungsnachweise sind in der regel auch ungenügend bis mangelhaft und oder angedreht und ja in der ersten zeitung sagten sie auch fisch und kapseln nützen einfach gar nichts naja das glaube ich schon nicht aber es ist dann so dass wenn man was gutes erwischen würde was wahrscheinlich nicht in klassischen supermärkten zu bekommen ist braucht man davon natürlich eine deutlich höhere menge das schreiben spiel und andere auch als das angegeben ist und dann ist man nachher vom preis im nirvana weil man dann pro tag hätte ich beinahe gesagt eine viertel ein viertel der packung sich rein pfeffern müsste und ob man so viele kapseln futtern will das ist dann auch die große frage also was ist jetzt die lösung eigentlich gibt es nur eine die sich auf zwei bereiche aufgliedert entweder ein nachhaltig zertifizierten wildfang von relativ schadstoff einem fischen also die gereinigt werden dann auch wie zb kabel jau oder halt dass wir mikroeigenöl schizokritrum heißt es mit mikroeigenöl das wird dann in becken gezüchtet häufig auch auf dem land daraus das öl gewonnen wird das ist aufwendiger das ist für veganer eben interessant es ist von der herstellung her aufwendiger es fehlen da auch ein paar sachen drin im gegensatz zum fischöl aber das ist ein guter kompromiss auch im bezug auf thema überfischung natürlich ein stück weit wichtig ist auch eine möglichst regionale fischung möglichst aus nordeuropa aus dem arktischen meer da ist es auch noch relativ sauber und das nach möglichkeit nach das transparent ist und zertifiziert ist und das wofür wir uns jetzt hier entschieden haben das ist oder ich mich entschieden habe vor allen dingen und die silke eben auch und viele andere therapeuten auch ist ein öl was sehr transparent ist von einem familienunternehmen und zwei familienunternehmen die ein machen die distribution die anderen fang und die verarbeitung und das sieht man die fall die fischfabrik direkt an der küste wo das eben sehr schnell gemacht werden kann und es ist total transparent nachfolgbar auf jeder flasche traceable da ist ein code drauf dann kann man sehen auf welchem schiff das wo gefangen worden ist und die haben eben auch diese nachhaltigkeit siegel dass da keine überfischung stattfindet und die bestände sich erhalten können und dazu kommt dann eben ein nachhaltiges organisches bio olivenöl aus kreta da rein da sind dann die antioxidantien drin was dann quasi das öl auch entsprechend haltbar macht das ganze schmeckt überhaupt nicht nach fisch und ist mehrfach mit diesem superior taste award ausgezeichnet wo alle diese öle getestet werden und ich war auch sehr überrascht als ich das das erste mal im mund hatte das ist auch für kinder wichtig weil die das sonst häufig gar nicht mögen und nicht nicht konsumieren daneben ist eben das volle spektrum entscheidend und wir brauchen dafür ein echtes triglycerid öl mit einem sehr guten todungswert am besten von vier bis sechs diese aktuelle charge von der ich jetzt rede ist bei vier wenn du so ein öl konsumierst von irgendwem dann solltest du dir mal dieses volle spektrum mal zuschicken lassen das kriegst du nämlich häufig gar nicht und dann gibt es nämlich ausreden und so das ist dann schon sehr verdächtig manchmal wird auch das dritte glycerid einfach hinten dran gehängt noch weil das vorher durch dieses ethelester verfahren quasi entfernt worden ist das ist auch ein hinweis dass das nicht so eine hochwertige sache ist gibt eine firma die nutzt das gleiche labor bei vitas und die machen das so also das ist er nicht zu empfehlen dann sondern wirklich ein voll spektrum öl das war der grund warum sich versucht haben viele andere firmen bei der firma da einzukaufen die haben aber ein exklusives ist eine exklusive distribution mit der company die beide aus wegen kommen die die sachen hier vertreibt genau das wird dann mehrfach gefiltert ja das ist auch sehr wichtig also kabeljau ist jetzt auch nicht frei von belastung und da ist eine schadstofffiltration eben sehr wichtig und das ergebnis ist sehr gut also es ist x-fach unter den grenzwerten natürlich hast du heute egal was du ist dass du immer eine art von belastung drin und ja das weitestgehend zu reduzieren darum geht es darum kommt da kommt eben das olivenöl dazu dann eben ein geschmack entweder zitrone oder orange dann kommt vitamin d noch dabei und antioxidantien und dann ist das ganze eben verfügbar das ist also das beste was ich momentan gefunden habe diesbezüglich und was ich natürlich selber täglich nehme und wahrscheinlich nicht mehr aufhören zu nehmen das ist ziemlich sicher und ja wirklich ein hoher epa sowie noch höherer dha anteil das ist ganz wichtig es ist unkonzentriert sehr gut aufnehmbar auch während der schwangerschaft geeignet sehr niedriger oxidations wert viele andere öle haben todox wert von 10 11 12 oder höher auch die zum teil in apotheke gibt die sind da so angesiedelt es gibt natürlich vielen menschen den ist das egal wie hoch die ja die toxische belastung und belastung von freien radikalen ist die rauchen ja auch oder sonst was da das muss jeder für sich selber entscheiden paradoxerweise ist der preis in etwa gleich wie diese anderen produkte ich würde immer das für mich nehmen weil die umweltbelastung sind so hoch mittlerweile was von grund weg einfach die niedrigste belastung hat weil das akkumuliert sicher ansonsten alles ja so und das ganze macht so ein ölwechsel in deinem motor könnte man sagen ja in deinem system ich habe das damals auch direkt gemerkt dass ich es angefangen habe zu nehmen die ersten tage riecht dann der urin zum beispiel sehr stark also da wird wirklich werden wirklich auch die fette die in deinem leib drin hängen die ungesund sind die werden dann auch ein stück weit wie raus gespült und das kann schon mal ein paar monate dauern bis das dann wirklich vollendet ist und bis der spiegel auch hoch ist das läuft hier also so man hat also man macht den test im herr bevor man loslegt dann nimmt man im ersten monat im grunde die doppelte menge also zwei flaschen und ab dem zweiten monat dann eine flasche dann kommt ende fünfte anfang sechste monat der nächste test da machst du wieder einen test dann weißt du wo der spiegel ist du brauchst ungefähr diese zeit um damit der test gemacht werden kann alles was kürzer ist reicht in der regel noch nicht aus und dann weiß man eben ob eine flasche reicht wenn jemand jetzt sehr muskulös ist sehr groß ist sehr viel volumen hat dann muss er vielleicht auch zwei nehmen unten siehst du noch die varianten geschmacksvariante a b beziehungsweise gibt es eins für kinder oder eben die vegane variante wenn es dann allerdings so ist dass jemand dann danach wieder aufhört und sagt nee jetzt habe ich es ja jetzt brauche ich nicht mehr dann fällt er in einer relativ zügiger zeit wieder dahin zurück wo er vorher angefangen hat das macht in der regel keinen wirklichen sinn deswegen kann man eigentlich nur wirklich gucken dass man den test macht und dann dabei bleibt das ganze ist auch nicht so teuer dass man da eine bank überfallen müsste das liegt bei 36 euro im monat beziehungsweise 41 franken also in deutschland ist das 1 20 am tag plus porto beziehungsweise wenn man zwei products bestellt gibt es das porto sogar noch frei die vegane ist ein bisschen teurer wie gesagt im startmonat hat man einmal 135 wenn man die doppelte menge an öl bekommt und die zwei tests werden damit schon quersubventioniert die tests sind aber sonst auch wesentlich teurer wenn man die beim arzt oder heilpraktiker machen will man kann auch erstmal nur den test machen der liegt dann hier auch bei 84 euro franken weiß ich jetzt nicht auswendig und ja dann hinterher die produkte ordern aber es ist so dass die firma eine geld zurück garantie bietet das heißt also wenn man jetzt den ersten monat genommen hat hat den test gemacht das dauert ungefähr drei wochen hat man das ergebnis und man hätte dann wieder erwartend einen spitzen index wert was bis dato glaube ich nur zwei mal vorgekommen ist dann gibt es so eine art geld zurück garantie dann kann man den rest zurückschicken und dann ja kriegt man halt das geld dann für den ersten monat erstattet finde ich sehr fair wichtig ist dass man sein wissen auch umsetzt also schopenhauer sagte dass die größte treuheit ist die gesundheit aufzuopfern für was es auch sei ich habe unterhalb des videos füge ich einen link ein da kannst du diese sachen dann dir mal anschauen darüber beziehen kannst du gerne kontaktieren auch wenn du therapeut bist und dich das thema mehr interessiert kannst du mich da auch ansprechen gerne per e mail an info-freiraum-institut.ch und schicke ich dir gerne dann weitere infos zu können wir auch zu skypen kostenlos gerne so und ja wie gesagt über den link kommst du zum shop der ist direkt hier verlinkt unter dem video und dann findest du dort alle möglichen anderen sachen auch noch die damit korrelieren mache ich vielleicht demnächst auch noch mal weitere videos zu wie das miteinander synergistisch stand zum beispiel wirkt in diesem sinne wünsche ich dir oder uns allen eine gute selbstverantwortung wir müssen alle gucken wie wir irgendwie in der heutigen welt in anführungsstrichen überleben und gesund bleiben und das ist ein ganz wesentlicher faktor dabei denke ich in diesem sinne schöne grüße aus norwegen hätte ich beinahe gesagt vom bodensee jörg fuhrmann macht's gut tschüss